Astrologische Monatsvorhersage für den August 2024 nach dem chinesischen Horoskop gleich hier bei Feng Shui am Freitag. Ja, hallo ihr Lieben, wieder willkommen bei Feng Shui am Freitag. Ja, es war so die Liebe, wir schauen jetzt so ein bisschen jetzt die einzelnen Monate an. Wie gesagt, die Jahresvorhersage auch für das erste und zweite Halbjahr. Da gibt es ein eigenes Video dazu, also checkt gerne mal den Link in der Description. Und wir schauen jetzt mal rein, was im August jetzt gerade los ist. Schauen wir mal kurz nochmal hier das Jahr 2024 an. Und es ist immer noch, da hat sich nicht groß was verändert, es ist immer noch das Gleiche. Also wir haben hier dieses schiefes Siegel, die einseitige Verwaltung. Man denkt so, ja, das ist so ein bisschen schräg. Was macht die Regierung da? Also wie schief wird verwaltet, wie korrekt, wie transparent, wie demokratisch? Das sind so ein bisschen die Fragen, die hier entstehen. Wir haben auch schon hier gesehen, ah, also hier diese Juni und Juli, diese beiden Monate, das war alles so ein bisschen beschwerlich. Also Juni haben wir so ein bisschen gestöhnt, Juli, da haben wir schon gesagt, ah, das war dieses Ding mit der Bestrafung. Jetzt sieht man hier, gut ab August läuft es so ein bisschen ruhiger, also es kommt in etwas ruhigeres Fahrwasser rein. Dann, wie kann man sich das vorstellen, ja, ist eigentlich diese, soll man sagen, also dieser Jahresherrscher, der jetzt hier witzige Ideen hat und das dann auch auf, ja, seine eigenen Ideen da auch durchsetzt. Da werden, ja, so ein bisschen Narrative gesponnen oder das ist auch nicht so ganz transparent oder es wird nicht so ganz korrekt kommuniziert. Das stabilisiert sich jetzt, der zieht jetzt hier einfach durch. Und das, wo man denkt, das heißt aber nichts Gutes. Das wäre so diese, wenn man jetzt so zu Corona zurückschaut und denkt so, hm, also wie ist dann während dieser Pandemie eigentlich kommuniziert worden? Da hat man versucht, so ein Narrativ aufrechtzuerhalten, auch an Stellen, wo man gewusst hat, ja, das mit den Masken ist so eine Sache. Oder der, der mit der Impfung war dann auch schon relativ klar so, hm, also jetzt gerade für Kinder oder für Jugendliche, junge Erwachsene war das eigentlich, war das vielleicht gar nicht so sinnvoll. Die Erkenntnisse lagen relativ schnell vor, man hat das aber nicht kommuniziert. Also solche Geschichten, das könnte da wieder auftauchen. Und wenn man jetzt hier sieht, ah, das ist wieder so eine Regierung, die in irgendeiner Form durchzieht, August, September, ist natürlich da die Frage, welcher Grund liegt da vor. Warum zieht man da durch? Ist da gerade die nächste Pandemie am Turm? Hoffentlich nicht, ne? Jetzt will man jetzt auch nicht an einen Kriegsantritt mit Russland denken, das will man alles nicht, ne? Aber es wird irgendeinen Grund geben, warum jetzt praktisch hier die Regierung sich entscheidet, eine relativ klare Sprache zu sprechen und hier Entscheidungen durchzuziehen. Das fängt eben im August an, läuft dann weiter. September können wir uns auch nochmal separat anschauen. Wir schauen vielleicht auch nochmal rein, hier ins Jahreshoroskop. Und dann seht ihr hier, ah, das ist jetzt hier der August. Ja, das ist also das Kurierpferd, ist hier unten drin, der Dämon, der Trauer, die fünf Geister. Also das ist hier so, ja, das ist das, was es eigentlich auch bedeutet. Und dann haben wir denkt so, hm, schwierig. Und aber auch hier das Kurierpferd, das spricht eigentlich auch mal für große Bewegungen. Das ist auch, ja, es wird oft dann auch mit so einem Verreisen oder mit einem Ortswechsel zusammengebracht. Das Kurierpferd bedeutet aber auch, also das Kurierpferd überbringt immer eine kaiserliche Botschaft. Das heißt, müssen wir mal gucken, welcher Kaiser hier welche Botschaft dann verkündet. Aber das, also der Monat könnte spannend werden. Ja, vielleicht zu viel zum August. Sagen wir mal, für uns jetzt als Individuen wird es eine ruhigere Zeit. Also man kann sich eigentlich, ist ja eigentlich am besten bedient, wenn man sich in diesen Kontext so ein bisschen einfügt. Es sind auch so, es ist eine Situation, man denkt so, ja, okay, das läuft jetzt einfach, kannst vielleicht auch gar nicht viel machen. Und einfach darauf vertraut, dass dann das Bestmögliche hier passiert. Das wäre so meine Interpretation der Dinge. Ja, die Potenziale von dem Monat sind erstmal, ja, wir haben jetzt Wasser und Metall hier drin. Das heißt, wir haben zum einen einen Genussgeist und auch zum Reichtum Neigen. Das heißt, das ist so die Beschäftigung mit schöngeistigen Themen, mit Kultur. Also das, also Genussgeist ist immer, steht für Kultur, schöne Dinge, Kultivierung, Selbstkultivierung ist hier ein großes Thema. Und zum Reichtum Neigen ist es eben auch so diese Beschäftigung mit Beruf, mit Karriere. Also es wird dann ein guter Monat werden, um Ziele zu definieren, zu überlegen, wie man sich beruflich neu ausrichtet. Und auch dieses, hey, wo will ich eigentlich hin? Also dort, wo wir jetzt praktisch im ganzen Sommer so eine Flanke hatten, die so eine starke Betrachtung dieser Innenräume, dass das Individuum es dann hervorgerufen hat, dann ist das hier die Aufforderung, nach außen zu gehen und diese Erkenntnisse, die wir jetzt praktisch da im Sommer gesammelt haben, auch umzusetzen, auf den Boden zu bringen und dann diesen Erkenntnissen Taten folgen zu lassen. Ja, das wäre so die kurze Zusammenfassung zum August. Also wenn euch diese Monatsvorhersagen interessieren, dann schreibt gerne mal was in die Comments, vielleicht auch zu welchen Themen ihr noch was wissen wollt. Das ist jetzt relativ neues Format. Können wir mal so ein bisschen spielen. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Däumchen wären Träumchen und bis zum nächsten Freitag.